Mit unserer Fraktionszeitung werden wir digital und gehen online. na-dran.bayern Sie können die Artikel, die wir sonst in der analogen Ausgabe haben, lesen, aber Sie können noch viel mehr Informationen bekommen. Audiodateien, Fotostrecken, exklusiv Interviews mit unseren Abgeordneten. Sie können sich vollumfänglich über unsere Arbeit hier im Bayerischen Landtag informieren und sehen mal hinter die Kulissen des Maximilianiums und können da dann erfahren, was die Freien Wähler in Bayern für sie leisten.